servus liebe world of warcraft freunde willkommen zurück zu einem neuen video auf meinem kanal der login screen von world of warcraft dragonflight sieht aktuell so aus jetzt nicht schlecht ne aber spektakulär ist auch was anderes in einem neuen beta bild wurde daher der login screen schon etwas angepasst und ich kann mich noch erinnern im ersten video wo es um diesen login screen ging habe ich gesagt ich fände es cool wenn da ein drache durchs bild fliegen würde oder so landen würde wie sind ragosa in wutlk und ich glaube nicht dass blizzard auf mich gehört hat aber sie haben so eine ähnliche idee umgesetzt das ganze ist jetzt ersichtlich in einem neuen beta bild und letzten endes ich zeige euch jetzt die wowhead bilder da die beta bei mir absolut einfach wieder wunderbar funktioniert und greifen wir halt lieber darauf zurück ihr seht auf bild nummero eins alex strazer sitzen auf diesem pillar in taldrasus sieht sehr sehr nice aus aber es wird noch besser denn sie bleibt da nicht sitzen irgendwann hebt sie ab flattert los und dann kommt sie halt immer größer ins bild und so seht ihr das nochmal mit den interface elementen also de facto sitzt sie da oben drauf und dann flattert sie los finde ich sehr sehr schönes element gefällt mir gut dass sie das eingefügt haben was ich jetzt noch cool finden würde wäre wenn sie tatsächlich auch hier landen würde also ich weiß das wäre sehr kopiert von wrath of the lich king aber es hat mir sehr gut gefallen und ich glaube das ginge in dem fall nicht nur mir so hier sehen wir das ganze jetzt mal in voller action also sie fliegt von oben links ins bild sagt landet dann auf dem pillar was vielleicht auch noch cool wäre wenn irgendwie so im hintergrund am himmel auch noch ein paar drachen rumflattern würden ich meine wir sind auf den drachen inseln da würde es vielleicht sinn machen mehr als einen auch im login screen zu sehen da hier oben in der stadt rumwuseln i don't know irgendwie wird man das bestimmt noch hinkriegen und jetzt hebt sie ab stürzt sich los und zack weg ist er also finde ich ganz cool gemacht gibt dem login screen auf jeden fall auch ein bisschen mehr leben und wie ich finde auch liebe und ihr seht dieser zyklus dauert so ungefähr eine minute dann ist sie wieder da also bei null sekunden flattert sie ins bild nach fünf sekunden sitzt sie auf dem pillar dann bei sekunde 20 um den dreh da schüttelt sie jetzt einmal kurzen kopf etwas mehr 23 hebt sie ab und dann ist sie nach 26 sekunden weg und dann dauert es ungefähr 30 sekunden bis sie wieder da ist gut man muss ja auch eine kleine runde drehen bis in die gegend erkunden das dauert seine zeit das könnte man vielleicht nutzen in dem moment wo sie weg ist dass dann vielleicht andere drachen oben durchs bild fliegen irgendwie sowas also die änderung gefällt mir jetzt schon sehr viel besser oder mit dieser änderung gefällt mir der login screen sehr viel besser auch wenn es eine kleinigkeit ist aber ich finde die dinge immer sehr sehr schön bin immer gespannt drauf mit jedem endorten was sich blizzard da hat einfallen lassen und vielleicht kann ja da noch ein bisschen was dran gemacht werden aber gut damit danke fürs zusehen schreibt gerne in die kommentare wie findet ihr diesen aktualisierten login screen was würdet ihr vielleicht noch mit reinpacken und ich würde sagen habt einen schönen abend noch bis zum nächsten video rein gehauen bis zum nächsten video